So, wir sind in der siebten Klasse, wir sind gerade bei Zuordnungen und Zuordnungen werde ich jetzt mal zusammenfassen. Wir haben uns gestern schon mal damit beschäftigt. Zuordnungen heißt, bestimmte Größen zueinander zuordnen. Es gibt noch ein altes Verfahren, das hatte ich euch eigentlich gar nicht erst zeigen wollen. Ich zeige es aber trotzdem. Das geht so, wenn ich hier zum Beispiel einen Preis habe in Euro. Soll Euro sein, ne? Und hier habe ich eine Stückzahl und ich habe hier meinetwegen 8 Euro für 3 Stück und ich sage, ich möchte mal wissen, wie viel kostet es, wenn ich 15 Stück nehme. Dann schreibe ich hier ein X rein, ja, dann überlege ich, warte mal, ich überlege erst mal, oder ich mache es mal, damit es für euch leichter ist, mache mal 9 Euro draus. Weil da sieht man schon was. Dann sage ich, okay, ich versuche erst mal zu ermitteln, einen Zwischenschritt, wie viel kostet denn ein Stück. Das heißt, ich teile durch 3. Dann müsste ich die 9 Euro auch durch 3 teilen und dann komme ich darauf, dass das 3 Euro pro 1 Stück sind. Wenn ich jetzt sage, ich will aber 15 Stück haben, dann muss ich alles mal 15 nehmen. Und dann muss ich diese 3 Euro auch mal 15 nehmen und dann weiß ich, dass X gleich 45 Euro sind. Das ist das Verfahren, das herkömmliche Verfahren des sogenannten Dreisatzes. Ich habe drei Größen, nämlich eine Größe, noch eine Größe und noch eine Größe und die fehlt mir noch. Und die drei hellblauen sind unterlegt, das sind die drei Größen des Dreisatzes. Ich halte das Verfahren für relativ umständlich, denn wir werden gleich sehen, man müsste sich einen Haufen Zeug merken, um bei einer anderen Zuordnung, ihr wisst schon welche, das dann hinzukriegen, über Kreuz und hin und her multipliziert. Das ist es nicht. Das ist nicht schön. Deswegen haben wir uns auf Folgendes geeinigt. Wir machen diese Tabelle gleich anders und zwar so. Wir machen die waagerecht. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Stückzahl habe und hier den Preis, wohlgemerkt in Euro und ich schreibe das gleiche nochmal hin, drei Stück kosten, was hat man gesagt, ach ist egal, nehmen wir jetzt mal 9 Euro wieder, ja. Und ich möchte wissen, wie viel dann, was hat man gesagt, ich mache es mal so, das geht schneller, 45 Euro habe ich zur Verfügung und wie viel kriege ich dabei, dann kann man nämlich folgendes ganz ideal machen, dann kann man sagen, wir lassen mal die ganzen schwarzen Striche und den ganzen Mist weg, wir machen hier einen Bruchstrich, hier machen wir einen Bruchstrich, hier machen wir einen Istgleich und dann haben wir eine Gleichung, die können wir nämlich lösen. Wenn ich jetzt das Schwarze mal weg mache, sehen wir, dass die Gleichung ganz leicht lösbar ist. Jetzt muss ich allerdings nochmal schnell die Euro dazu schreiben, aber das ist wesentlich weniger Aufwand, als wenn ich es mit vielen Zeichnungen und so weiter mache. Und diese Gleichung kann man lösen, andere, die das noch nicht wissen, die gucken beim Videothema Gleichung lösen und sagen, mich stört durch 45 Stück, also nehme ich alles mal 45 Euro, meine ich, und dann habe ich drei Stück mal 45 Euro geteilt durch 9 Euro ist gleich x. Das x steht dann dadurch alleine. So, jetzt kann ich hier drin rumkürzen, wie verrückt, die Euros durch Euros ergibt jeweils eine 1, die 9 und die 45 ergibt durch 9 1 und hier ist es 5 und 5 mal 3, das ist das, was übrig bleibt. Das, das Stück bleibt übrig und das, das ordnet man jetzt, schreibt man also geordnet hin. Und ich schreibe das jetzt mal hier drüben hin, damit ich nicht eine neue Seite anfangen muss und sage, okay, das ist gar kein Problem, 3 mal 5 ist 15 mal Stück, 15 Stück und ich kriege direkt geliefert das schöne Ergebnis mit Maßeinheit, was es wirklich ist. Fertig. Aber, was heißt Zuordnung wirklich? Zuordnung, stellen wir uns mal einen Menschen vor, der wie folgt aussieht. Der hat zwar hier einen Kopf, der hat auch einen Arm, aber auf der anderen Seite hat er so einen Arm und hier ist er relativ normal gebaut und hier ist er so breit gebaut und hier hat er so ein Bein und hier hat er so ein Bein. Das passt einfach nicht zusammen. Das sind keine Zuordnungen, das sind keine Proportionen, das sind also keine zusammenhängenden Größen hier unten. Das gefällt uns gar nicht. Zuordnungen wären zum Beispiel, nochmal hier oben, Wenn ich 3 Stück habe und 9 Euro dafür bezahlen muss und ich muss dann, ausgerechnet, für 45 Euro kriege ich dann 15 Stück, dann kann ich folgendes Prinzip dahinter nehmen, je mehr ich Geld habe, umso mehr muss ich dafür bekommen. Oder, je mehr ich haben will, umso mehr muss ich bezahlen. Da haben wir schon das erste Prinzip, das ist dieses Prinzip, je mehr, umso mehr. Jetzt gibt es allerdings auch eine Zuordnung, die heißt, je mehr, umso weniger. Und mit der werden wir uns gleich nochmal beschäftigen. Je mehr, umso weniger. Das heißt, diese Zuordnung funktioniert wie folgt. Beispiel, es sind zwei Schüler, die wurden vom Hausmeister erwischt und die sollen dafür einen Platz aufräumen. Also zwei Schüler und die sollen den ganzen Schulhof aufräumen, weil da alle irgendwas hingeschmissen haben. Und da sagen die, wie lange werden wir das für brauchen? Und tatsächlich, oh, sagt der Hausmeister, ihr beide, ihr braucht mindestens 30 Minuten dafür. Ach, herrje. Moment mal. Und jetzt kommt der Hausmeister und sagt, passt mal auf, jetzt habt ihr Glück gehabt. Ich habe noch einen erwischt, der hat auch lauter Mist gemacht, der hat auch was hingeschmissen. Jetzt seid ihr drei Schüler. Jetzt fragen sich die anderen beiden, wenn wir jetzt drei Schüler sind, wie lange brauchen wir denn? Jetzt schreibe ich mal in diesem Fall kein x hin. x ist immer so eine allgemeine Größe, sondern ich nehme einfach schon mal das t wie time, also wie Zeit. Ja, dann könnte man das wieder wie folgt rechnen. Dann sagen wir, okay, Regiestrich durch drei Schüler. Und jetzt wird es leicht. Dann sieht die Gleichung, ich mache jetzt in schwarz weiter, so aus. Zwei Schüler mal 30 Minuten geteilt durch drei Schüler. Ist gleich die neue Zeit. Und wenn ich jetzt schaue, dann sage ich, ach, ich kann ja wieder kürzen, die Schüler, durch die Schüler, die verschwinden, die werden einzelnen. Und die drei und die 30, die kann ich auch kürzen. Und dann hätte ich was übrig, die zwei, die 20 und das Minuten. Ich kriege freie Haus wieder das echte Ergebnis, zweimal 20, 40 Minuten. Ist gleich t. Na nun, wir sind drei Schüler und wir brauchen 40 Minuten. Das ist die Riesenfrage. Und die muss man sich jedes Mal stellen, egal wie man rechnet. Siehste? Und das ist das wichtigste Prinzip. Man muss sich vorher immer fragen, was habe ich denn hier für einen Quatsch gerechnet? Und wenn ich falsch kürze und sage, drei durch drei ist eins, aber 30 durch drei ist nicht 20, sondern 10. Dann merke ich meinen Fehler ganz alleine. Das heißt, wir haben ein ganz wichtiges Prinzip. Und ich werde das dann nochmal zusammenfassen. Also 10, zweimal 10 und dann kommt mir automatisch das richtige Ergebnis raus. Immer grundsätzlich fragen, was ist jetzt passiert? So, jetzt lasse ich das an der Stelle mal und rufe mal die Vorlesung von gestern auf. Und die werden wir nochmal verfolgen, denn da gibt es Grundprinzipien zu beachten. Aber wir gucken uns noch vorher das Prinzip an. Je mehr Schüler ich zur Verfügung habe, umso weniger Zeit brauche ich. Das steckt dahinter. Das heißt, ich muss mich jedes Mal zum Schluss fragen, Ist denn das, was ich rausgekriegt habe, auch logisch? So, dazu kurz. Jetzt gab es Fragen. Ich mache mal eine Pause. Wir hatten uns also gestern Folgendes aufgeschrieben. Zuordnungen unterteilen sich nach zwei Varianten. Entweder je mehr, umso mehr. Oder je mehr, umso weniger. Dahinter sind Fragezeichen. Das ist das Fragezeichen darum, weil ich mich vorher fragen muss, welche Variante muss ich dann anwenden? Muss ich auf Quotientengleichheit achten? Dann nehme ich diese Gleichung hier. Oder ich nehme diese Art der Gleichung, wenn ich auf Produktgleichheit achten muss. Hier kann Folgendes passieren. Hier muss ich stürzen. Heißt, das ist eine rein rechentechnische Sache. Stürzen bitte einfach nachgucken in einem anderen Video. Und hier habe ich noch hingeschrieben, bei Zeiten, wenn also irgendwas mal Zeit ist, siehe die Schüler, diese beiden da. Hier sind Zeiten dabei. Wenn Zeiten dabei sind, ist es meistens Produktgleichheit. Meistens. Und darauf müssen wir achten. Das heißt, da gucken wir einfach nochmal hin. Und selbst wenn wir das ausgerechnet haben, prüfen wir hinterher das Ergebnis grundsätzlich und sagen, ist das, was ich rausgekriegt habe, logisch? Genauso auf der anderen Variante. Ist das, was ich rausgekriegt habe, logisch? Wenn das nicht logisch ist, wie zum Beispiel, ich habe hier wieder mit der Zeit zu tun und habe einen falschen Ansatz gewählt. Ich habe zum Beispiel, mit vier LKWs schaffe ich in 18 Stunden eine komplette Baustelle, den Schutt, von einer Baustelle den Schutt abzuräumen. Jetzt geht mir ein LKW kaputt. Das heißt, ich habe nur drei LKW. Und ich kriege raus, ich habe 13,5 Stunden, obwohl ich nur drei LKWs zur Verfügung habe. Hier stelle ich mir immer wieder diese Frage. Dann sage ich, hm, das heißt, wenn ich gar keinen LKW nehme, dann bin ich sofort fertig. Das ist ja albern. Hier habe ich Quatsch gerechnet. Dann streicht man die Aufgabe durch und rechnet die Aufgabe nochmal ganz normal, indem man sagt, na, hier haben wir sie nicht. Dann mache ich es jetzt nochmal schnell, dann streicht man die Aufgabe durch und rechnet sie so. Und sagt, 18 Stunden mal 4 LKW ist gleich 3 LKW mal T. T wie Time wieder, ne. Jetzt muss ich durch 3 LKW teilen. Dann heißt die nächste Zeile, 18 Stunden mal 4 LKW geteilt durch 3 LKW ist gleich T. Okay, jetzt kann ich loslegen, ich kann wieder kürzen, die LKWs durch LKWs ergibt jedes Mal eine 1. Man kann auch Buchstaben kürzen. Und die 18 und die 3, hier kann ich kürzen. Hier habe ich eine 1 und hier habe ich eine 6. Und jetzt rechne ich das zusammen, was übrig bleibt, nämlich eine 4 und eine 6 und das Stundenzeichen. Und das ist 6 mal 4, 24 Stunden ist die neue Zeit. Jetzt kommt wieder meine Frage, ist das richtig? Ich habe, aha, ich habe ein LKW mehr, also muss ich länger dafür arbeiten. Muss ich meine 3 LKW einsetzen, dann brauche ich mehr Zeit. Und das ist logisch und dann habe ich die Aufgabe fertig. Gibt es jetzt bis dahin erstmal nochmal Fragen. Die wichtigste Probe bei solchen Aufgaben ist die Logik selber. Aber wenn ich mal eine Probe hier mitmache, dann muss ja folgendes passieren. Die Produktgleichheit muss gewahrt sein. 18, jetzt lasse ich LKW und Stunde weg. 18 mal 4 muss vom Zahlenwert genauso sein wie 3 mal 24. Stimmt that? Frage ich mich da. 4 mal 8 ist 32, 4 mal 1 ist 4 und 3 ist 72, 3 mal 4 ist 12, 3 mal 2 ist 6 und 1 ist 7. 72 gleich 72, ich habe es richtig gerechnet. Dann geht das. Das kann ich hier auch probieren, aber kommt Quatsch raus. Auf der linken Seite. Kommt plötzlich raus. Hört auf damit. Gut. So. Dann hatten wir ein anderes Beispiel gerechnet. Und das meinte ich mit Stürzen. Also wie gesagt, nochmal hingucken. Jetzt steht die gesuchte Größe blöderweise unterm Bruchstrich. Dann würde ich mir das nochmal andersrum hinschreiben. Stürzen heißt also auf beiden Seiten Stürzen, sagt man dazu. Brüche kann man stürzen, aber nur wenn es reine Brüche sind. Dann schreibe ich mir nach diesem Befehl das nochmal richtig rum hin, damit mein X nämlich auf dem Bruchstrich steht. Also 500 Kilometer durch 4 Stunden. Und hier tausche ich genauso. Also beide Seiten tauschen. Zähler und Nöner tauschen. Und hier durch 6 Stunden. Und jetzt kann ich wieder mal 6 Stunden nehmen. Und tralala, haupt, 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 geht es so weiter. Wie üblich. Also das können wir ja schon. Nochmal eine Pause. Wir haben uns vorgenommen, das Video mit folgendem Schlachtruf zu beenden. Damen und Herren, wie findet ihr Mathe? I get's. Und damit ist das Video geschlossen. Also.